Hallo. Hallo. Einmal das ganz normale Ticket, bitte. Dankeschön. Ich bräuchte einen Touristen zu bitten. Danke. 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 Hallo. Sechelsberg. Rathaus. 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 Riz- paci. Rathaus. R Razaus. Ronk Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Sechelsberg, Alte Landstraße. Guten Tag. Ja, hallo. Hallo, ich bin hier nur ein Tourist. Ich habe von einer netten Dame da drüben die Info erhalten, dass ich hier ein Ticket kaufen könnte. Ich hätte doch schon ganz gerne ein... Ja, danke schön. 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 Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke schön. Ja, danke. 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 Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, 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 ja, die hätte ich gerne, guten Tag, ich hätte gerne eine Tageskarte, guten Tag, servus, wunderbar, vielen Dank, hallo, ich schaue mir heute hier den ganzen Tag die Stadt an, da wäre eine Tageskarte wohl das Beste, ich hätte gerne ein Schülerticket, wo bleibt denn mein Ticket, danke für die Fahrkarte, Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020